Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Newstar Manager hier bei Heisenberg Zockt. Hurra, hurra, wir sind in der ersten Bundesliga. Ja, im Prinzip noch nicht, wir müssen erstmal noch die Saison beenden und das würde ich jetzt mal machen und bevor wir dann natürlich die neue anfangen werden wir mal gucken, Transferliste, Ausbau, Stadion keine Ahnung, was wir da alles noch machen müssen. Wir werden es sehen. Wir beenden mal die Saison, eine äußerst erfolgreiche, wie ich finde. So, da haben wir dies. Zack, 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 ja, stark verbessert auf Platz 3, sauber, aber das ist eigentlich irrelevant denn der Aufstieg ist relevant. Mal gucken, was die Hertha gemacht hat. Also Lautern ist sowieso aufgestiegen als Erster, aber die Hertha hat ja auch ein Relegationsspiel, das werden wir sehen, wenn wir dann in die erste Bundesliga starten. So, da gibt es Knete, ach du Grüne gibt es da Knete. Wow, oi, 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 oi. Preisgeld für den dritten Platz, heiliges bisschen. Okay, eine halbe Million, damit können wir arbeiten. Wow, jetzt fängt es an Spass zu machen. So, Dortmund hat gewonnen, also die erste Bundesliga, sieht man hier. Ach, Bayern steht doch mit einem N, schau mal. Dann ist das doch Bayer Leverkusen. Ähm, Lautern, das kennen wir. Hier blinken wir, das ist schön. Dann haben wir hier noch Sandhausen, hat in der dritten Liga gewonnen. Okay, und Köpf-Final, da war Bayer Uerdingen. Okay, Europa-Final. Zarag, was ist wohl Zarag? Kenn ich nicht. Liverpool, das kennt man dann wieder, L-Pool. Und Lautern hat noch den Star-Manager gewonnen. Okay, passt. Sauber, wir haben geblinkt, das ist schon mal schön. Aha, Robin Winter ist der Star. Der junge Spieler-Star ist der Herr Egner. Okay, das kann man sich natürlich merken. Torschützenkönig Robin Winter, das merken wir uns garantiert. Die meisten Vorlage von Witting. Und die meisten Einsätze hatte der Herr Hegeler mit 35 Einsätzen. Der hat tatsächlich 25 Tore geschossen. Der Herr Winter, saubere Sache. Die Verträge. Jetzt kommt die Liste. Okay. Da haben wir 11, 9, ähm, stimmt das doch doch. 11, 9, 12, 9 und so weiter. Geier, der muss sowieso, der muss gehen, den werden wir verkaufen. Hat der schon Wert? Ja, 590. Okay, das ist jetzt nicht die Welt, aber der soll sozusagen sein Potenzial woanders ausleben, weil bei uns spielt er auf der falschen Position hier. Sturm links, für unser System. Schade, dass man die Leute eben nicht ausleihen kann. Das wäre natürlich gut. Den parkieren, zwei Sessors, und wenn er dann hier ein bisschen besser ist, den wieder zurücknehmen. Aber das geht halt leider bei dem Spiel nicht. Okay, wir wissen es jetzt. Staudet 12, das schauen wir uns nachher noch mal im Einzelnen an. Die neue Saison. Okay, wir fahren fort. Wenn ein Spieler nicht... Ja, okay, das wissen wir alles. Eine neue Saison beginnt. Wie viele Freundschaftsspiele soll ich... Soll ich... Lesen müssen wir noch können. Hä, können. Wie viele Freundschaftsspiele soll ich zu Beginn dieser Saison organisieren? Ich würde mal sagen, eins reicht. Ich wüsste nicht, was die bringen. Vielleicht ein bisschen Geld. Das kann sein. Okay, Transferfenster ist offen. Und wir haben eine halbe Million. Man schaut sich das mal an. Ich würde sagen, bevor wir hier gucken, was wir hier ausbauen wollen, was wir ausbauen müssen. Also was wir sicher machen müssen, ist bei der Jugend. Moment. Da überlege ich jetzt gar nicht. Wobei, nein, ist Blödsinn. Es sind wieder 63.000, die fehlen. Wir gucken jetzt erstmal beim Team. Ach, es ist aufregend. Und gucken, wo könnten wir eine Verstärkung brauchen. Wir können natürlich mit 500.000 sogar vielleicht mehrere Verstärkungen kaufen. Deswegen würde ich jetzt beim Stadion selber oder auch bei der Jugend etc. im Moment noch nichts machen. Im Moment. Also eine Verstärkung, die müsste sicher klar über 40 sein. Das ist ganz klar. Also von der Stärke, nicht vom Alter her. Und wenn es irgendwie geht, Silber. Wir schauen mal. Aber halt, da müssen wir zum Transfermarkt. Was suchen wir denn? Eigentlich alle. Wir suchen aber. Ich würde mal sagen, wir schauen mal nach Gold. Äh, 7 Millionen. Okay, das ist, äh, ja. Geht das? Oh Gott. Der günstigste kostet allen Ernstes 2,5 Millionen. Okay, dann können wir Gold mal vergessen. Wie sieht es denn aus mit Silber? Mal hier runter gehen. Moment, ich gucke mal beim Preis. Habe ich vorher beim Preis geguckt? Moment, ich muss nochmal schnell gucken. Gold. Ja, der Preis ist angeklickt. Okay, da ändert sich dann leider doch nichts. Ich habe richtig geklickt. Schade, eigentlich, dafür habe ich jetzt falsch. Weil wir brauchen Silber. Preis ist eingestellt. Oh, das geht hier halt auch nicht wirklich massiv runter. Ja, ein bisschen. Ja, jetzt kommen wir in einen besseren Bereich hier. Geht das noch weiter runter? Tatsächlich, guck mal. Da könnte man eben schon was machen. Ich weiss jetzt halt nicht, um wie viel stärker ist ein Silberner wie ein Bronze-Spieler. Aber wir werden das rausfinden. Jetzt. Ja. Für welche Position? Das ist natürlich auch die Frage. Ähm. Potenzial 71. Wow. Wir gucken mal oben. Wir haben 520.000. Was kriegen wir für das Geld? Wenn wir das jetzt alles auf einen Schlag investieren. Das habe ich eigentlich nicht vor, aber interessieren würde es mich eben trotzdem. Also das wären zum Beispiel hier 64 in Silber für einen Verteidiger zentral. Wow. Ja, aber es wäre schade um das Geld. Ich würde dann eher vielleicht 30. Aber es müsste schon auch ein jüngerer sein. Also wenigstens 25 zum Beispiel. Sturm links bringt nichts. Da. B. Eichenwald. 55. Kostet auch 400.000. Wisst ihr was? Wir gehen mal ein bisschen runter. Ich möchte noch ein bisschen Geld übrig behalten. Ich würde mal in dem Bereich schauen gerne. Und da. Ja. Zum Beispiel ein Torwart nochmal ein viel besserer. Das wäre natürlich auch eine Idee. Einer der wirklich ein bisschen was hält. Da hätten wir gerade einen. Der ist aber 28. Das ist mir fast schon ein bisschen zu alt. Oh. Das ist jetzt natürlich schon die Qual der Wahl. Hm. 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 Wir gucken mal nach einem Torwart. Okay. Dann haben wir hier die viel zu teuren. Wir scrollen runter, runter, runter. Die haben wir bei 300, haben wir gesagt. Plus, minus hier. 28. Der wäre jung. Von der Hertha. Schau an. Silber. 58. Potenzial 69. Das könnte man eigentlich machen. Der wäre hier noch ein bisschen besser. Aber eben der ist natürlich auch entsprechend älter. Gibt doch eigentlich vernünftig aus, das Ganze. Zufriedenheit 93. Ich würde mal sagen, da könnte man mal gucken, ob wir den nicht kaufen können. 40, äh, 247. 100.000. Das ist in Ordnung. Ähm. Ja. Ein Torwart ist halt schon wichtig. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir den sonst integrieren sollten, so einen starken. Wir kaufen uns so einen Torwart. Hertha will eh verkaufen. Das heisst, das geht hier nochmal um 5% runter. So. Und jetzt mit ein bisschen Glück. Arg. 312. Ich glaube, ich gehe das Risiko nicht ein. Ne, das gehe ich nicht ein. Ich stimme zu. Weil wenn wir falsch sind, dann bleibt es beim ursprünglichen Dingens. So. Wir haben einen neuen Torwart. Okay. Das wäre mal soweit in Ordnung. Dann würde ich gerne zu unserem Team gehen. Weil jetzt haben wir vier Torhüter. Das muss nicht sein. Vielleicht den Herzog verkaufen. Ich gucke mal wegen dem Alter. Oh ne. Stau. Der ist natürlich bald hinüber. Der geht eigentlich noch. Dann wirst du unser Ersatztorwart. Hermann ist sowieso der Junior. Den behalten wir. Aber dann wird Staude verkauft. Ähm. Nehm. Spieler Auktion. Mal gucken. Was für Angebote das kommen. 3,5 hat er. Das wird halt sowieso nichts werden, wo wir reich werden dabei. Glauben wir noch ein bisschen. Na. Oh. Okay. Verkauft für 1800. Ich weiss zwar gar nicht an wen. An Würzburg. Gut. Das hätten wir. Machen wir mal Assistentenvorschlag. Das ist klar. Da kommt unser einziger Silberrücken. Natürlich in die Mannschaft rein. Und wir haben schon das erste Spiel. Jetzt möchte ich aber natürlich hier noch schnell gucken. Wir haben nochmal 200.000. Was können wir hier noch machen? Bei der Jugend haben wir gesagt. Dass wir ganz klar das hier in Auftrag geben. Dann haben wir hier Training. Reduzieren mit silbernen Fertigkeitskarten. Oh. Da wäre das Geld schon weg. Nein. Möchte ich nicht. Dann haben wir hier die Fitness. Ach. Den Ding ist noch entlassen. Ich muss mal schnell gucken. Reduzieren mit Brossenen. Äh. Die Abklingzeit. Äh. Nein. Jugend haben wir. Medizin. Was haben wir hier Schönes? Verkürztet die maximale Verletzungszeit um 15. Ist mir auch zu teuer für den Moment. Werden wir später aber sicher noch einrichten. Und dann haben wir hier noch. Den Scout. Finde ich jetzt nicht so massiv wichtig. Nein. Lassen wir. Werden wir auch später machen. Und hier haben wir noch den Fanshop. Der ist wieder wichtig. Schalt einen zweiten Kurzzeitsponsorplatz frei. Und dann haben wir aber alles Geld ausgegeben. Naja gut. Dann haben wir das. Weil wir kaufen jetzt sowieso keinen weiteren mehr. Richten wir ein. Was wir jetzt aber auch noch machen. Wir werden jetzt Dingens noch verkaufen. Ähm. Den falschen Stürmer sozusagen. Den Geier. Weil den haben wir nicht. Oder können wir leider nicht gebrauchen. Ähm. Auch wenn er nicht viel bringt. Ja. Versuchen sie mal. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein 1000 da raus. Oder so. Werd relativ schnell zugreifen. Auch nicht bei 3,30. Ja. 4,90 machen wir. Dankeschön. Haben wir den auch verkauft. Sonst noch jemand den noch verkaufen müssen. Eigentlich. Nicht. Ich mach nochmal den hier. Und jetzt würde ich sagen. Wir gehen mal gucken. Jetzt wollen wir natürlich auch mal noch Fussball spielen heute. Ähm. Info. Gegen Augsburg. Sehe ich hier irgendwie. Wo die gelandet sind in der letzten Saison. Ich denke das sieht man hier. Ich finde sie nur gerade nicht. Guck mal. Die Hertha ist auch aufgestiegen. Hier Kaiserslautern. Da die Hertha. Unsere letztjährigen Liga Konkurrenten. Ach. Das ist im Moment kein Wunder. Finde ich die nicht. Weil das ist natürlich das Freundschaftsspiel. Äh. Partie Vorschau. Genau. Freundschaftsspiel. Okay. Das können wir eigentlich einfach mal mit der besten Mannschaft angehen. Und relativ locker. Ich werde aber etwas mal noch testen. Nämlich. Ähm. Die Aufstellung lasse ich mal. Ich würde gerne wieder mit dem 4-4-2 spielen. Das hat sich bewährt. Ähm. Hier nochmal Assistenten Vorschlag. Wir werden jetzt aber. Wenn wir hier spielen. fortfahren. Bestätigen. Real Heise gegen Augsburg. So. Jetzt gehen wir hier sicher nicht ganz rauf. Und ich möchte hier mal testen. Was passiert. Wenn wir ganz frech mal hier. Direkt spielen. Also das wäre wahrscheinlich das Offensivste. Was es gibt. Dann haben wir hier Konter. Verteidigung. Das ist eher Mauern. Ich möchte mal ganz frech. Wirklich maximale Offensive zeigen. So. Und den werde ich direkt mal. versuchen zu versenken. Das ist ein bisschen weit weg. Ist mir klar. Aber es ist ein Freundschaftsspiel. Wir testen das einfach mal. Ja. War harmlos. Lassen wir. Jetzt versuchen wir auch ein bisschen eher. Würde ich sagen. Durch die Mitte zu spielen. Wenn es hier irgendwie geht. Ja. Sensi hat schon mal gehalten. Ich glaube den Namen. Den können wir uns merken. FIWEK hat geklärt. Okay. Scheint als würde der Torwart auch auf die Verteidigung ausstrahlen. Guck mal. Der ist natürlich schon sicher hier. Ja. Und die steigern sich hier auch. Durch den Torwart. Der hinten drin steht. Gut. Ähm. Ja. Dann machen wir weiter. Wir werden dann noch wechseln. Ganz klar. Ja. Aha. Asensi. Okay. Er scheint schon der neue Chef zu sein hier. Gut. Wen sollen wir reinbringen? Ich würde mal Klephack noch bringen für Gegenbauer. Schmauser für ihn. Und. Haben wir sonst noch irgendwie einen Jungen hier? Den Egner. Den bringen wir mal noch für Winter. So. Dann haben wir alle drei Sachen erledigt. Und wie gesagt. Es ist komplett egal. Was wir hier für ein Resultat haben. Ich hoffe. Es bleiben alle gesund. Jetzt aber eben über die Mitte. Habe ich gesagt. Wollten wir. Ein Dribbling testen. Jawohl. Und das klappt ja auch relativ gut. Zumindest gegen Augsburg. Die Frage ist halt. Ob das dann gegen Stärke Gegner auch so einfach geht. Jetzt könnten wir ja hier mal. Auf Verteidigung umschalten. Passiert in dem Sinn nichts mehr. Okay. 1 zu 0 gewonnen. War aber eben nur. Ja guck mal. Eine verblüffende Show von Asensi. Ja der ist natürlich. Der ist im Prinzip eine Klasse stärker. Wie die anderen. So. Fortfahren. Ja. Die sind jetzt doch spendabler. Also auch schon. Okay. Was brauchen wir? Ähm. Wir nehmen die. Damit wir für den Moment gerüstet sind. Okay. Ziele. Äh. 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 Mhm. Okay. Wir nehmen das mal zur Kenntnis. Wir sind in der obersten Liga. Es wird schwierig genug. Äh. Fortfahren. Ähm. Der Dan. Hat nur noch. Äh. Nimm nimm nimm. Vertrag über 10 Spiele. Wir könnten hier die Karte einsetzen. Jawohl. Das klappt schon mal. Jetzt möchte ich hier aber noch grundsätzlich gucken. Wie das aussieht. Äh. Mit den Verträgen. Team. Info. Team Daten. Vertrag. Acht Wochen. Oh. Der Winter. Ja. Den brauchen wir natürlich dringend auch. Bei dem würde ich glaube ich mal noch die andere Karte verbraten. Oder sollen wir hier nochmal gucken? Wir gucken bei dem. Weil das sieht gar nicht schlecht aus. Das müsste eigentlich funktionieren. S23. Wir brauchen den natürlich dringend. Vertrag erneuern. Ja. Ich wusste es. Okay. Pech gehabt. Da kommt aber auch immer die falsche Zahl. Es ist ein Elend. Hä. Gut. Der bleibt. Ähm. Zwölfe. Haben wir hier bei der Kunje. Da können wir noch ein Momentchen Geduld haben. Gut. Wir gehen hier raus. Und ich würde sagen. Oh ja. Schaut mal an. Wer der nächste Gegner ist. Alte Bekannte. Die Hertha. Gegen die haben wir wieder unter den Liga. Ähm. Zumindest das letzte direkt Duell verloren. Deswegen sind wir auch nicht direkt aufgestiegen. Weil wir ja die beiden Spiele gegen die Spitzenreiter nicht gewonnen haben. Aber okay. Die Karten werden neu gemischt. Ne. Wir haben noch ein Dilemma. Ähm. Beziehungsverbesserung mit dem Vorstand und eine Karte. Oder mit dem Sponsor und eine Karte. Ich würde eigentlich eher mit dem Vorstand. Ja. Das sieht doch gut aus. Was haben wir für ein Kärtchen? Einspruch. Gut. Falls wir irgendwie von roten oder gelben Karten geplagt werden. Ähm. Da kommt noch ein Sponsor. Oh. Jetzt wird es interessant. Ui. 600.000. Echt jetzt? Echt die Zahlen? 600.000? Und dann pro Sieg? Ja. Wir müssen natürlich. Weil wir hier in der obersten Liga sind. Und wahrscheinlich doch eher mal verlieren werden. Ganz klar das hier nehmen. Das ist Geld, was wir gleich bekommen. Weil über die Siege zu gehen. Das macht keinen Sinn. Wenn man wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt allzu viel gewinnen wird. Ja. Zack. Hui. Kriegen wir das jetzt tatsächlich direkt rein? Hui. Wow. Und schon haben wir wieder Geld. Okay. Mir gefällt es in der Bundesliga. Definitiv. Fortfahren. Ähm. Zwei Spiele. Was? Ach so. Das läuft noch über zwei. Zwei Spiele. Okay. Den weiteren Dingens kaufen. Das gucken wir uns jetzt gerade mal noch schnell an. Das Spiel kommt gleich. Ähm. Das war. Ja. Ne. Das läuft ja. Moment. Das ist ja eh im Bau. Dann behalten wir das Geld einfach mal. Wir machen mal ein Spiel. Und gucken wie es läuft. Halt. Das möchte ich alles nicht. Und dann werden wir je nachdem sowieso noch mal kurz auf dem Transfermarkt wahrscheinlich aktiv werden müssen. Assistentenvorschlag. Das sieht ja sehr gut aus hier. Ist irgendeiner draussen? Der wirklich stark ist. Nein. In dem Sinn nicht. Oder hier unten. Ne. Ne. Das ist alles absolut so wie es sein soll. Klepack Eggner. Oder Eggner. Ne. Der heisst eher Eggner. Okay. Ja. Machen wir. Und Tipp. Freundschaftsspiele vor Saisonbeginn. Geben dir die Möglichkeit Trainingskarten zu generieren. Bevor die Saison beginnt. Ach. Okay. Aber jetzt haben wir kein Trainingsspiel mehr. Das ist ja jetzt. Ne. Ich wollte eigentlich nicht das Team angucken. Das ist ja dann immer demoralisierend. Ja. Erster Spieltag. Okay. Nichts mit Freundschaftsspielen. Gut. Machen wir. Team. Zack. Diesen her. Okay. Wir fahren fort. Und. Jetzt wird es interessant. Das erste Bundesligaspiel von Real Heisi. Also in der ersten Bundesliga. Wenn auch natürlich gegen die Hertha. Die wir wirklich. Aus der letzten Saison her noch kennen. Ja. Hier wie immer. Das hat sich bewährt. Und das lassen wir für den Moment. Und wir spielen zu Hause. So wie es aussieht. So. Gebt Stoff Jungs. Wir wollen das erste Spiel. Wenn es irgendwie geht. Gewinnen. Ziemlich ausgeglichen das Ganze. Jetzt haben wir den Ball. Einmal diesen. Einmal diesen. Lauf du mal da raus. Okay. Jetzt gerne wieder zurück. Und. Eine relativ scharfe Flanke in die Mitte. Jawohl. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jawohl. Klingeling. Klingeling. Ist jetzt nicht so. Dass sich meine. Meine Freude. Massiv in Grenzen hält. Oder massiv aus mir herausbricht. Winter war es. Das war zwar das erste Tor. In der Bundesliga. Aber. Ja. Also. Nach der Relegation. Da müssen wir hier fast Meister werden. Damit ich wirklich. Ähm. Dann wahrscheinlich wirklich mal noch ausraste. Vor lauter Begeisterung. Aber natürlich trotzdem. Cool. 1-0 in Führung. Ist 1-0 in Führung. Oh. Der wäre eigentlich. ganz alleine gewesen. Wäre. Oh. Dann bleibt er stehen. Der Karl-Heinz. Was soll das denn? Muss ein bisschen genauer gucken. Wenn hier einer wirklich gut steht. Ja. Äh. Dann rennt der wieder mit. Jetzt sind wir da genau gleich weit wie vorher. Gibt's ja gar nicht. Komm ich da noch hin? Jawohl. Kriegst du den noch rein? Den kannst du eigentlich sogar flach hier hinspielen. Oh. Schade. Das war natürlich stark vom Torwart. Ja. Den erwischen wir nicht mehr. Aber wir haben noch den Neuversuch. Den wir gleich verbraten. Mal gucken. Ob ich das nochmal so machen kann wie vorher. Weil irgendeiner stand hier extrem gut vorher. Ja. Das ist alles nicht ideal. Ja. Gut. So ideal steht er dann eben doch nicht. Aber jetzt steht er eben ideal. Oh. Ja. Der ist natürlich tatsächlich stark. Der Torwart. Das war schon die zweite relativ gute Parade. Den hauen wir mal so rein. Gerne mit ein bisschen Drall. Ja. Das war aber ein komischer. Ganz ein komischer Eckball. Versuchen wir mit einem Direktschuss. Ja. Okay. So viel zum Thema. Na. Dann eben nicht. Aber wir sind immer noch 1-0 vorn. Was soll's. So. Halbzeit. Ja. Ist okay. Ist okay. Wir werden dann später vielleicht noch wechseln. Ja. Machen wir weiter. Aha. Nein. Sie kommen. Nein. Macht doch nicht so Sachen. Hui. Da konnte nicht mal mehr. Asensi. Äh. Oh ja. Jetzt geht's aber los. Come on Jungs. Was soll das denn? Vom 1-0 zum 1-2. Und das gegen den Mietaufsteiger. Das dürfen wir uns eigentlich nicht bieten lassen. Sagen wir ja mal noch kurz. Kollege Egner reinnehmen. Für. Gegenbauer. Okay. Hier hinten lassen wir das Ganze. So. Wir haben den Ball. Jetzt laufen wir tatsächlich einem Rückstand hinterher. Das gibt's ja gar nicht. Hm. Ne. Da komm ich wieder nicht dran vorbei. Der wird grätschen. Da komm ich auch nicht hin. Mal ein bisschen laufen. Ja. Die grätschen. Keine Chance da was zu machen. Gehen wir mal hier hinten rum. Hm. Moment. Ne. Der steht im Abseits. Das wäre definitiv keine gute Idee. Jetzt steht er nicht mehr im Abseits. Das heisst wir gucken mal. Ja. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Steht der doch tatsächlich im Weg. Aber wir haben den Ball wieder. Geschickt zurück. Er kämpft. So. Du hast Platz. Leg den nochmal zurück. Das Flankenbord mal von hier. Würde ich mal vorschlagen. Das haben wir so glaube ich noch gar nie gemacht. Ja. Gar nicht so verkehrt. Äh. Wenn dann irgendwie so. Jetzt bin ich gespannt. Ui. Schönes Tor. Ungewöhnliches Tor. Und eigentlich frech. So in die nahe Ecke zu köpfen. Wenn auf der anderen Seite eigentlich mehr Platz ist. Igner war es. Der Eingewechselte. Wir haben wieder den Ball. Wir könnten doch noch zu einem Sieg kommen. Wenn das alles so funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Ah. Sie haben immer so ewig lang. Bis sie sich gedreht haben. Die Jungs. Das müsste man in einem Training mal nochmal. Ein bisschen besser machen. Lauf du mal so. Und du läufst so. Und der Ball. Kommt so. Ein Schuss da runter. Oh. Da rüber. Ah. Ich habe ein bisschen zu weit unten geklickt. Aber der Schuss kam tatsächlich durch. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal gedacht. Wir wechseln nochmal kurz. Viehweg muss raus. Das heisst wir müssen hier kurz umstellen. Ähm. Du gehst hier in die Mitte. Und Schmauser kommt. Ähm. Mittelfeld links. Jetzt habe ich den Falschen erwischt. Eigentlich wollte ich Dacunia. Kann ich da nochmal? Jawohl. Ne. Kann ich nicht. Geht das echt nicht? Wäre natürlich die Höchststrafe. Ne. Geht nicht. Das war ja jetzt ganz clever. Jetzt habe ich den falschen Spieler erwischt. Ich wollte Dacunia haben. Ah. Mittelfeld links. Wenn ich dich verschiebe. Ja. Dann ist er hier natürlich auch noch falsch. Ich gucke mal ob das geht. Okay. Das geht. Kann ich jetzt vielleicht Dacunia noch? Für ihn hier. Ja. Jetzt klappt. Es war natürlich jetzt einfach eine Auswechslung zu viel. Jetzt haben wir alle eingesetzt. Aber okay. Ja. Die möchten wir behalten. Die Änderung. Da ist eh nicht mehr viel passiert. 2 zu 2. Okay. Ähm. Fortfahrer. Ja. Ich weiss nicht ob ich darüber zufrieden sein soll. Oder damit zufrieden sein soll. Unentschieden zum Auftakt ist ja okay. Aber nicht zu Hause gegen den Mietaufsteiger. Gefällt mir dann doch nicht so wirklich gut. Aha. Laut Presse sind wir eh gescheitert. Mit dem Unentschieden. Naja. Guck mal. Immerhin hier oben. Also da sind ein paar andere noch ein bisschen krasser gescheitert. Unter anderem zum Beispiel Kaiserslautern. 31.000. Ja. Es ist schon besser bezahlt hier. Das muss man sagen. Wow. Ähm. Fitness. Fertigung. Wir nehmen mal so eine. Tackling. Okay. Irgendwas für die Verteidiger. Also nicht irgendwas für die Verteidiger natürlich. Sondern eben Tackling. Wer könnte das gebrauchen? Viehweg ist 31. Okay. Dann ist 24. Dann könnte das natürlich gebrauchen. Wenn er es denn wirklich in dem Sinne gebrauchen könnte. Kann er leider nicht. Iglesias. Oder Dacunia. Dacunia ist halt Auswechselspieler. Der hätte dann 35. Heißig. Links. Ich würde sagen wir geben die Iglesias. Okay. Jetzt ist er natürlich hier Mause. Das ist aber halb so schlimm. Ein bisschen Zeit hat er noch. Interview. Also bis zum nächsten Spiel meine ich. Wie viele Torhüter? Drei. Sauber. Gibt wieder Kärtchen. Fitness. Und. Achso. Wir wollten ja eigentlich den anderen noch entlassen. Aber das bringt halt irgendwie nichts. Ähm. Ich gucke mal nochmal. Äh. Bei den Mitarbeitern. Moment. Die waren hier. Jetzt kriegt erstmal der Kollege von der Fitness. Auch das Kärtchen. Und jetzt werden wir hier mal kurz beim Nachwuchstrainer gucken. Okay. Der hat sowieso nur noch 8 Wochen. Der ist natürlich relativ stark. Aber ist halt Brossen. Also wenn wir jetzt. Den bessern wollen. Dann müsste der Silbrig sein. Und die Frage ist halt. Wie kommen wir hier an Silbrige? Das wird tatsächlich irgendwie über die. Über das Stadion wahrscheinlich funktionieren. Bei der Jugend. Und da sind wir ja dran. Da bauen wir ja gerade aus. Ja. Da müssen wir hier noch ein bisschen Geduld haben. Wir haben noch ein Angebot. 34.000 für Dacunia. Wir prüfen das mal. Okay. Er ist 21. Potenzial 59. Mhm. Alles klar soweit. Wir schauen mal. Dacunia Verteidigung links. Wir haben hier. 1, 2. Ja. Wir bräuchten ihn eigentlich schon. Ich würde den nicht verkaufen. Wir haben Geld. Dacunia ist eine zuverlässige Kraft. Sobald hier mal einer ausfällt. Da Verteidigung links. Eben. Wir haben Weiss natürlich noch. Den könnten wir rüberziehen. Aber nee, nee. Den behalten wir. Ganz klar. Gut. Ähm. Dann haben wir hier schon das Spiel. Habe ich irgendwas noch vergessen? Ich glaube nicht. Oh. Lautern. Die Nächsten. Ähm. Die wir aus der letzten Bundesliga noch kennen. Das ist ja interessant. Das ist wahrscheinlich auswärts. Genau. Ui. Guck mal. Die haben auch 4 Sterne. Ah. Ja. Eigentlich jetzt auch. Das hat auch gebessert. Naja gut. Wie auch immer. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen liebe Freunde. Ja. Wir sind jetzt. Ja. Minder erfolgreich gestartet. Aber ich bin immer noch froh. Dass wir überhaupt in dieser Liga sind. Ähm. Wie gesagt. Unser Stadion. Fast 4000 Leute. Das ist eigentlich alles. Sowieso ein kleiner Traum. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.